Harry meldet sich heute nochmal am 6. November 2020. Es ist jetzt 12 Uhr und ein paar Minuten. Wir haben jetzt 25 Grad hier in San Fernando im ursprünglichen Teil, im ursprünglichen Viertel vom Zentrum Kommerzial hier. Hier ist ganz normales, geschäftiges Leben. Hier erkennt man kaum einen Unterschied in dieser doch lebhaften Straße. Ich war gerade hier bei Organic Food. Die haben ganz gute Produkte hier, auch gute Preise. Hier ist eine Bäckerei, hier ist der Friseur. Ja, das ist das normale spanische San Fernando. Ich gehe mal auf die andere Seite. Das ist das neue Einkaufszentrum. Wurde aber auch nicht so angenommen. Hier ist ein Laden leer. Studio One bei Livia. Und hier ist Asiahaus. Das ist ein sehr guter Asiate. Die bereiten alles frisch zu, was man sich auf der Karte raussucht. Und das sind eigentlich Kleinigkeiten. Ja, es hat wohl mal kurz geregnet. Aber jetzt ist es wieder schön. Es ist immer noch windig. Aber auch der Wind hat etwas nachgelassen. Abgelassen. So, dann geht es jetzt wieder zurück. Und mit diesen Bildern verabschiede ich mich dann auch für heute und sage Mastermanian. Look, die sind jetzt noch nicht im Moment. Entschuldigung oder machen, da haben wir dann eine Frage.